Die Wahl dieses Ministerpräsidenten war ein einzigartiger Vorgang, der mit einer Grundüberzeugung gebrochen hat für die CDU und auch für mich, nämlich dass keine Mehrheiten mit Hilfe der AfD gewonnen werden sollen. Da dies absehbar war in der Konstellation, wie im dritten Wahlgang gewählt wurde, muss man sagen, dass dieser Vorgang unverzeihlich ist und deshalb auch das Ergebnis wieder rückgängig gemacht werden muss. Zumindest gilt für die CDU, dass die CDU sich nicht an einer Regierung unter dem gewählten Ministerpräsidenten beteiligen darf. Es war ein schlechter Tag für die Demokratie. Es war ein Tag, der mit den Werten und Überzeugungen der CDU gebrochen hat. Es muss jetzt alles getan werden, damit deutlich wird, dass dies in keiner Weise mit dem, was die CDU denkt und tut, in Übereinstimmung gebracht werden kann. Daran wird in den nächsten Tagen zu arbeiten sein. Nächster Redner ist der Vorsitzende der AfD-Fraktion, Dr. Alexander Gauland. Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Vertrauen ist eine der wichtigsten Ressourcen der Gesellschaft. Man kann es bekanntlich verspielen, wenn Menschen einander nicht mehr vertrauen, endet der Wille zur Kooperation, und es entsteht Unfrieden. Wenn Teile der Bevölkerung der Regierung nicht vertrauen, bilden sich Risse im gesellschaftlichen Gefüge. Wenn die Regierung und regierungsnahe Medien diese Teile der Bevölkerung stigmatisieren und beschimpfen oder gar mit dem Verfassungsschutz bedrohen, statt mit ihnen zu reden, werden diese Risse tiefer und das Misstrauen wird größer. Und, meine Damen und Herren, wenn Abgeordnete von der Polizei zu Boden geworfen werden, dann darf man fragen, wo sind wir eigentlich angekommen in diesem Land? In einem Rechtsstaat wird das Grundvertrauen institutionell gesichert durch die Grundrechte, meine Damen und Herren. Heripert Brantl, bei Gott kein Freund der AfD, der Chefkommentator der Süddeutschen und Zeitung hat dazu bemerkenswerte Worte geschrieben und gesprochen. Ich zitiere mit Zustimmung des Präsidenten. Grundrechte heißen Grundrechte, weil sie die Grundlagen unseres Lebens bilden. Grundrechte sind gerade für die Notzeiten da. Wenn sie in Krisen und Notzeiten weggeschoben werden, dann sind sie nichts wert. Dann kann man sie vergessen. Heripert Brantl, nicht Alexander Gauland. Das Infektionsschutzgesetz der Bundesregierung ist die größte Grundrechtseinschränkung in der Geschichte der Bundesrepublik. Wenn wir den Gedankengang von Herrn Brantl fortsetzen, heißt das, wir können die Grundrechte vergessen. Das Misstrauen, meine Damen und Herren, wird explodieren. Das sehen Sie auf den Straßen. Das sehen Sie in der Aggression, die Sie überall spüren. Und Sie sehen es in vielen Städten und heute auch vor dem Bundestag. Diese Menschen treten für ihre Grundrechte ein und müssen nicht vom Verfassungsschutz beobachtet werden. Viele Bürger haben existenzielle Sorgen und Fragen. Sie wollen nicht nur wissen, wie es mit ihren Geschäften, lokalen oder Kulturstätten weitergehen soll, sondern sie fürchten angesichts ausgesetzter Grundrechte um ihre Freiheit. Corona-App, Kontaktverfolgung, digitale Gesundheitskontrolle, indirekte Impfpflicht, das sind ja alles Symptome einer nahenden, smarten Gesundheitsdiktatur. Die Menschen fragen sich beispielsweise, ob sie Nachteile haben werden, wenn sie nicht impfen oder nicht registrieren lassen wollen. Kommt man dann eines Tages nicht mehr ins Restaurant oder zum Sport oder ins Ausland? Wer so etwas fragt, den nennt man bekanntlich Verschwörungstheoretiker. Doch in China ist diese Art total Überwachung bereits Fakt und wir wollen auf diesem Wege kein Stück mitgehen. Die FAZ, der man nicht zu nahe treten wird, wenn man sie regierungsnah nennt, twittert. Die hohen Corona-Zahlen in vielen westlichen Ländern werfen die beunruhigende Frage auf, ob offene Gesellschaften weniger geeignet sind, auf globale Bedrohungen zu reagieren als autoritäre Systeme. Will dort jemand schon mit dem Zaunpfahl winken? In einer sachverständigen Stellungnahme hat die Vertreterin des Lehrstuhls für öffentliches Recht der Ruhr-Universität Bochum vor dem Gesundheitsausschuss des Bundestages ausgeführt, Zitat, der geplante § 28a des Infektionsschutzgesetzes genügt den Vorgaben von Parlamentsvorbehalt und Bestimmtheitsgrundsatz nicht. Die Vorschrift lässt keinerlei Abwägung der grundrechtlich betroffenen Interessen erkennen, sondern will offenbar einseitig das bisherige Vorgehen während der Corona-Epidemie legitimieren, so die Sachverständige im Gesundheitsausschuss. Keinerlei Abwägung, so verhält es sich. Denn was ist es anders als maßlos und unausgewogen, wenn die Unverletzlichkeit der Wohnung zur Disposition gestellt wird, wenn die Kanzlerin allen Ernstes erklärt, Kinder sollten nur noch einen Freund treffen dürfen? Liebe Freunde, haben wir denn die Pest im Lande, Frau Bundeskanzlerin? Meine Damen und Herren, was ist eine Pandemie von nationaler Tagweite? Wer das definiert, verfügt heute über den Ausnahmezustand. Anscheinend ist Herr Drosten der aktuelle deutsche Souverän. Und die Argumente anderer Virologen und Epidemiologen, die sich gegen den Lockdown aussprechen, werden beiseite gewischt. Etwa das Papier von Herrn Streeck und der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, das auch zahlreiche Ärzteverbände unterzeichnet haben. Die Unterzeichner fordern ein bundesweit einheitliches Ampelsystem, anhand dessen sich sowohl auf Bundes- als auch auf Kreisebene die aktuelle Lage auf einen Blick erkennen lässt. Sie setzen auf Gebote anstelle von Verboten, auf Eigenverantwortung anstelle von Bevormundung. Sie plädieren für die Förderung von Hygienekonzepten anstelle von Schließungen, sowie den Schutz von Risikogruppen durch spezielle Maßnahmen. Wir unterstützen solche vernünftigen Ideen, so wie wir uns den wirtschaftlichen und zwischenmännlichen ruinösen Notstandsmaßnahmen widersetzen. Wir werden noch viele Monate mit dem Virus leben müssen. Und die Bürger wissen das. Die meisten gehen verantwortungsvoll mit der Situation um, so wie die Wirte, die Bühnenkünstler, die Konzertveranstalter verantwortungsvoll mit der Lage umgingen. Sie haben sämtliche Besucher registriert. Sie haben ihre Kapazitäten beschränkt. Sie haben Hygienekonzepte entwickelt und dafür bei sinkenden Einnahmen Geld ausgegeben. Dass man sie trotzdem zusperrt, ist unerträglich. Und das läuft auf Diktatur hinaus. Ich habe an dieser Stelle schon gesagt, und ich werde es nicht müde zu wiederholen, der Souverän dieses Landes ist das deutsche Volk, repräsentiert durch dieses Parlament. Nur dieses Parlament kann Grundrechtseinschränkungen beschließen, und zwar nach Abwägung aller Argumente auf eine exakt begrenzte Zeit. Nicht mal das haben Sie festgelegt, eine exakt begrenzte Zeit. Meine Damen und Herren, dass die Regierung die vom Volk gewählten Abgeordneten vor vollendete Tatsachen stellt, widerspricht dem Geist der Demokratie und dem Grundgesetz. Allein deswegen lehnen wir dieses Gesetz ab. Und, Herr Buschmann, nicht, weil wir dieses Parlament nicht wollen, weil wir die Demokratie nicht wollen, sondern weil wir offensichtlich in diesem Lande die einzige demokratische Fraktion sind. Ich bedanke mich. Hoffentlich haben auch die anderen mal was gelernt. Nächster Redner ist der Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Diese Pandemie ist ein Jahrhundertereignis. Herr Bundesminister, ich darf Sie einen Moment unterbrechen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, im Parlament tragen wir unterschiedliche Meinungen mit Argumenten aus. Die mögen gut oder schlecht sein, aber wir tragen Sie nicht mit transparenten und ähnlichen Dingen aus. Und deswegen ist meine dringende Bitte, aber es ist jetzt eine Bitte, ich kann es aber auch gleich so entscheiden, bitte tun Sie diese Schilder oder Plakate oder was immer es ist unverzüglich wieder entfernen. Wenn Sie sie nicht entfernen, muss ich sie zur Ordnung rufen. Also bitte, nehmen Sie sie weg. Wenn wir uns alle als Grundgesetz halten, ist es gut. Jetzt entfernen wir die Plakate. Und das Wort hat der Bundesminister Jens Spahn. Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Diese Pandemie ist ein Jahrhundertereignis, ein Naturereignis, ja gleichsam eine Naturkatastrophe. Sie ist eine Zumutung, und eine Bewährungsprobe. Sie ist schicksalhaft über uns gekommen in unserer modernen, komplexen Zeit. Und in dieser Jahrhundertpandemie ist klar, egal was wir tun oder ob wir nichts tun, es entsteht Schaden. Egal was wir entscheiden oder ob wir gar nicht entscheiden, es entsteht Schaden. Die Frage ist, wo entsteht welcher Schaden? Es geht um wirtschaftlichen Schaden für viele einzelne Bürgerinnen und Bürger und für die Volkswirtschaft. Es geht um sozialen Schaden, menschliche Härten und Ausnahmesituationen. Es geht um gesundheitlichen Schaden, Leid und Tod. Wir müssen nun gewichten, Prioritäten setzen, abwägen. Herr Bundesminister, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Abgeordneten? Nein, Herr Präsident, ich möchte meine Rede jetzt gerne im Gesamtzusammenhang halten. Wir müssen nun gewichten, Prioritäten setzen, abwägen und tun dies seit Beginn der Pandemie. Die Wissenschaft kann uns beraten, liefert Fakten und Einschätzungen. Aber kein Virologe, kein Infektiologe, kein Mikrobiologe, kein Professor Drosten und auch kein Professor Bakhti kann uns diese Aufgabe abnehmen, diese Entscheidungen zu treffen. Wir im Deutschen Bundestag und in der von ihm legitimierten Regierung, wir müssen gewichten, welchen Schaden wir wo, wie ertragen wollen und ertragen können. Der Schutz der Gesundheit steht dabei nicht absolut. Ja, er ist abzuwägen mit anderen Grundrechten. Aber die körperliche Unversehrtheit steht übrigens auch in dem Grundgesetz, das Sie gerade hochgehalten haben. Ist Ihnen das Leid? Davon habe ich gar nichts gehört, Herr Gauland. Ist Ihnen das Leid auf den Intensivstationen, in den Krankenhäusern, in den Familien, diejenigen, die Langzeitschäden haben, ist Ihnen dieses Leid egal? Das ist doch die Frage, die sich stellt. Der Schutz der Gesundheit steht nicht absolut. Aber wir haben entschieden, dass der Schutz der Gesundheit in dieser Pandemie ein relativ stärkeres Gewicht bekommt. Wir haben uns entschieden, in großer Mehrheit entschieden, in der Gesellschaft und hier im Parlament, dass wir keine Überforderung unseres Gesundheitssystems akzeptieren wollen. Dass wir Leid durch Krankheit, Intensivmedizin, Beatmung und Tod zwar nicht absolut vermeiden können, wir dieses Leid aber bestmöglich reduzieren wollen. Steigende Infektionszahlen? An dieser praktischen Erkenntnis führt auch die spannendste theoretische Debatte nicht vorbei. Steigende Infektionszahlen führen in unserem älternden Land bei den Eigenschaften dieses Virus früher oder später zu steigendem Leid auf unseren Intensivstationen und zum Kontrollverlust bei exponentiellem Wachstum. Und um das zu vermeiden, müssen die Infektionszahlen runter. Und vor allem müssen sie in ihrer Entwicklung unter Kontrolle bleiben. Ja, wir haben mit den aktuellen Maßnahmen Tritt gefasst. Wir haben das exponentielle Wachstum gestoppt. Aber wir sind noch nicht über dem Berg. Und als Bundesminister für Gesundheit sage ich Ihnen, dass ich diese Gewichtung, diese starke Ausrichtung auf bestmöglichen Gesundheitsschutz in dieser Pandemie weiterhin richtig finde. Da aber nichts absolut gelten kann, auch nicht der Schutz der Gesundheit, geht es um die richtige Balance, das richtige Austarieren. Um diese Balance ringen wir doch alle jeden Tag, jeder in seinem Alltag, wir als Gesellschaft und wir in der politischen Vertretung und Führung dieses Landes. Es geht darum, wirtschaftliche Härten abzufedern und erträglich zu machen durch Hilfe, Unterstützung, Konjunkturpakete. Und es geht darum, jeden Tag mehr und besser dieses Virus beherrschen zu können. Durch die AHA-Regeln, durch das Reduzieren von Kontakten, durch neue und mehr Testmöglichkeiten und immer bessere Schutzkonzepte, durch neue und bessere Medikamente. Und ja, als entscheidenden Schritt zur tatsächlichen Kontrolle über dieses Virus, vor allem auch durchs Impfen. Und weil es ja schon wieder anders behauptet wird, auch in den sozialen Medien. Ich gebe Ihnen mein Wort, es wird in dieser Pandemie keine Impfpflicht geben. Hören Sie endlich auf, anderes zu behaupten. Und gleichzeitig macht es doch Mut, es gibt Zuversicht, es ist Licht am Ende des Tunnels, dass wir in diesen dunklen Novembertagen ernsthaft damit rechnen können, dass es so schnell einen Impfstoff geben wird, wie nie zuvor in der Geschichte der Menschheit. Impfen ist eine der größten Errungenschaften der Menschheit. Impfen vermeidet jeden Tag unzähliges Leid und Krankheit. Impfen ist Fortschritt im besten Sinne. Und es macht mich ein Stück stolz, dass der erste Impfstoff, der Wirksamkeit zeigt, aus Deutschland kommt und hier entwickelt worden ist, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir sind, meine Damen und Herren, bis hierhin gut durch diese Krise gekommen. Vergleichsweise auch mit der Situation in anderen Ländern, auch in dieser zweiten Welle. Und ich frage mich manchmal schon, in welchem anderen Land wären Sie eigentlich lieber? Keines unserer Nachbarländer hat mit milderen Mitteln diese Pandemie unter Kontrolle bekommen. Wo wären Sie eigentlich lieber als in der Bundesrepublik Deutschland? Das würde mich manchmal schon interessieren. Und dass das so ist, dass wir so vergleichsweise gut durch diese Pandemie auch in dieser zweiten Welle bis hierhin gekommen sind, das ist vor allem so, weil die allermeisten Bürgerinnen und Bürger auf sich und ihre Mitmenschen achten und sie schützen. Und es ist so, weil die große Mehrheit der Deutschen unsere Politik mitträgt. Und ja, nicht wenige zweifeln, hadern, haben Sorgen oder Bedenken. Und doch tragen auch Sie in großer Mehrheit den grundsätzlichen Ansatz unserer Politik und die Entscheidung mit. Und ja, laut sein, dagegen sein, sogar das offensichtliche Leugnen. All das ist möglich und muss möglich sein in einem freien, offenen Land. Aber wer laut ist, ist deswegen noch lange nicht im Recht. Und schon gar nicht nur wegen seiner Lautstärke in der Mehrheit. Debatte ist nötig. Debatte ist nötig. Kontroverse ist nötig. Aber doch nicht unerbittlich und voller Härte, sondern so, dass wir zusammenbleiben. Zusammenhalt ist das, was dieses Land am meisten braucht in dieser Pandemie. Und Ihre Rede jedenfalls war kein Beitrag zum Zusammenhalt in diesem Land, Herr Gauland. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir wollen weiter gut durch diese Krise kommen. Dafür müssen wir uns immer wieder der Lage anpassen. Das Virus ist dynamisch. Wir müssen es auch sein. Daher nun das dritte Bevölkerungsschutzgesetz in neun Monaten, das uns in dynamischer Lage die rechtliche Grundlage gibt, mit diesem Virus noch besser umzugehen. Wir als Bundesregierung und die Landesregierung, Wir brauchen in dieser Pandemie die Befugnisse und Instrumente zu handeln und zu entscheiden. Zum Schutz und zum Wohle unserer Bürgerinnen und Bürger. Und diese Befugnisse und diese Instrumente, die kann uns nur vom deutschen Volk gewählten Bundestag gegeben werden. Und darum bitten wir Sie heute. Zu einer Zwischenbemerkung erteile ich das Wort dem Kollegen Martin Siegert, AfD. Vielen Dank, Herr Präsident. In unserem Nachbarland Dänemark ist das Coronavirus ja bereits seit einigen Wochen mutiert. Ich habe die Bundesregierung gefragt, welche Maßnahmen sie denn ergreift, um unsere Mitbürger vor diesem mutierten Virus zu schützen. Die Antwort war, sie tut nichts. Keine Grenzkontrollen, keine flächendeckenden Gesundheitstests für Einreisende aus Dänemark. Es gibt keine speziellen Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung vor dem mutierten Virus. Auf der anderen Seite will man hier nun im Eilverfahren ein Gesetz durchpeitschen, mit dem nahezu alle Grundrechte ausgehebelt und die Grundlage für staatliche Willkür und Kontrolle festgeschrieben werden. Wie willkürlich gehandelt wird, konnten wir ja in Bayern bereits letzte Woche sehen, wo es ein Gerichtsurteil gab, dass Fitnessstudios geöffnet werden dürfen und daraufhin dann die bayerische Staatsregierung hingegangen ist und gesagt hat, dann machen wir komplett das Verbot für den Indoor-Sport. Meine Frage an der Stelle ist, wie kann es sein, dass unter dem Vorwand des Schutzes der Bevölkerung massive Grundrechtseinschränkungen beschlossen werden sollen, während die Bundesregierung nichts unternimmt, um die deutschen Bürger vor dem mutierten Virus aus Dänemark zu schützen. Und müsste man, wenn es wirklich um den Schutz der Menschen ginge, und wenn, wie Sie, Herr Spahn, gesagt haben, das Virus ist dynamisch, wir müssen es auch sein, müsste man dann nicht mit den vorhandenen Mitteln erst mal realen Gefahren wie Mutationen des Virus begegnen, anstatt sich mit massiven Grundrechtseinschränkungen selbst zu ermächtigen. Herr Bundesminister, wenn Sie mögen, haben Sie das Wort zur Entgegnung. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Wir sind im engen Austausch mit Dänemark, waren es von der ersten Stunde an, als es entsprechende Meldungen gab, das Friedrich-Loeffler-Institut, genauso für die Veterinärmedizin wie unsere Behörden im Bundesministerium für Gesundheit. Wir sind im europäischen Austausch zu dieser Frage. Wir machen nur einen Unterschied. Wir treffen Entscheidungen auf Basis von Fakten. Und alles, was wir bis jetzt im Austausch mit den dänischen Kolleginnen und Kollegen, im engen Austausch auf wissenschaftlicher Basis an Erkenntnissen haben, gibt es viele Spekulationen, aber überhaupt keine Erkenntnisse zu dem, was Sie gerade unterstellt haben. Und solange wir keine Fakten haben und keine Evidenz, ergreifen wir nicht, um irgendwelche Maßnahmen zu ergreifen, Maßnahmen. Das ist der Unterschied zwischen Ihnen und uns. Und zum Zweiten machen Sie jetzt auch ein wenig doch die Argumentation Ihres eigenen Fraktionsvorsitzenden hinfällig. Entweder ist dieses Virus, wie dargestellt, nicht weiter schlimm und braucht keine Maßnahmen, oder aber wir müssen schon bei dem leisesten Verdacht selbst ohne wissenschaftliche Basismaßnahmen ergreifen. Beides zusammen geht nicht. Beides geht nicht. Und deswegen, Ihnen geht es am Ende immer nur um eins, egal ob so rum oder so rum. Hauptsache Krawall. Und wir schützen derweil unsere Bürgerinnen und Bürger. Und wir schützen derweil unsere Bürgerinnen und Bürger.